Die sogt Liebe und Anerkennung, doch ihre dominante Mutter verhindert ihr Glück. Jetzt überall. Am nächsten Montag Entscheidung aus Liebe. Meine Kündigung. Nina bedeutet mir mehr als dieser Job. Baumann will sie auseinander bringen. Wenn er was mit Nina vorhat, dann reiß ich dir die Eier ab und steck sie ihm ins Maul. Hat ihre Liebe eine Chance gegen Baumann?